ja hallo und herzlich willkommen beim let's help von remember me im remix 3 der unfall wir müssen hier den remix von skylar ändern so dass sie die ja das schuldbewusstsein bekommt für den unfall bei denen sie ihr bein verloren hat hier müssen wir als erstes den becherhalter einklappen insgesamt müssen wir hier vier items beziehungsweise erinnerungsstörungen aktivieren um diese erinnerung zu remixen und zu lösen so die handtasche müssen wir noch öffnen als nächstes suchen wir nach dem jacks hier genau zwischen den sitzen da dass wir die figur aktivieren und als letztes aktivieren wir noch die windschutzscheibe denn eigentlich sollte nilin ja schuld sein an dem unfall weil sie ihre mutter abgelenkt hat und deswegen sind sie über der rote ampel gefahren und ja hat einfach gehofft durch diesen erinnerungs remix das weltanschauungsbild von skylar zu verändern und so ist dieser remix eigentlich erst zustande gekommen was ist das oh scheiße das memo schlechtes wort schlechtes wort papa wird mich umbringen ja ich würde sagen dadurch haben wir den remix erfolgreich abgeschlossen ich hoffe ich konnte euch hier auch wieder erfolgreich weiterhelfen und wünsche euch noch viel spaß bei uns auf dem channel machts gut euer black devil